Aha, Telefonica Germany hat gewonnen mit Think Big, Deutschlands größte und einzige User-Generated-Kampagne für Jugendengagement. Herzlichen Glückwunsch! Eine App für Praktika, ein Online-Netzwerk für Freizeitkicker, ein YouTube-Channel gegen Rassismus, das alles erdenken, gestalten und verwirklichen über 40.000 Jugendliche in und mit Deutschlands größter CSR-Kampagne. Jetzt muss ich mal hier den jungen Mann fragen, das mit der Krawatte hatte ich auch jahrelang Probleme. Also diese jungen Menschen entwickeln Apps und Sachen einfach so, weil sie sich engagieren. Also früher ging man ja zum Pfadfindern, zum Roten Kreuz und jetzt geht man zu Telefonica. Man geht nicht zu Telefonica, sondern man geht auf ThinkBig.org und reicht dort seine Idee ein, wie es 2013.000 Jugendliche gemacht haben. Und dann lernt man in drei Monaten alles, was man für die digitale Zukunft braucht. Also ihr macht die jungen Menschen fit? Genau, so ist es. Prima, herzlichen Glückwunsch auf die Fotoposition! Das macht Hoffnung!